Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich möchte heute mit euch eine Partie durchsprechen und zwar von Garry Kasparov. Er hat mit schwarz gespielt gegen Danailov. Silvia Silvio. Er war mal irgendwie Präsident von irgendwas. Als die Partie gespielt wurde 1980 waren es natürlich aber auch nur beides Spieler und ich habe euch hier mal die Infos dazu mitgegeben. Ich habe zum Beispiel auch Rückmeldungen bekommen, dass diese schwarze Fläche hier über meinem Bild so frei ist und so leer aussieht und alle anderen nutzen immer den vollen Bildschirm um da irgendwelche Werbung rein zu klatschen oder sonst irgendwas. Warum ich das denn nicht mache? Sorry, ich bin kein Profi. Aber ich werde mal versuchen, ob ich diesen Taz irgendwie füllen kann. Gebt mir mal Rückmeldungen, ob das für euch wichtig ist oder ob diese Informationen mit den Spielern und so, ob ich die durchgehend eingeblendet lassen soll oder nur ein paar Sekunden, damit ihr die Info habt oder wie auch immer. Gebt mal Rückmeldungen, ob diese freie Fläche für euch irgendeine Bedeutung hat. Danke euch. Alles klar. So, dann schauen wir mal. Wir spielen mit schwarz und zwar gucken wir uns eine Musterpartie an, eine Ankerpartie. Man kennt das. Man hat irgendwie eine bestimmte Eröffnung und in dem Fall ist es Königsinnig und diese klassische Hauptvariante mit E5. Und jetzt hat ja der ein oder andere Spieler von euch vielleicht aus schwarzer Sicht irgendwie Angst vor dieser Abtauschvariante. Und da habe ich euch vor einem Jahr auch schon mal eine Partie zu zeigt und ganz grob die Grundideen erzählt und woran man sich orientieren kann. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Hier in dieser Partie demonstriert Garry Kasparov eine wunderbare Technik und die nimmt euch hoffentlich dann die Angst vor dieser Abtauschvariante. Dieser Ruf, dass das Weiß, damit diese Abtauschvariante ein sicheres Remis anstreben kann, das ist aber mehr ein Gerücht als alles andere. Denn Abtauschvariante im Franzosen, okay, da gibt es eine gewisse Remis-Tendenz. Oder im Slavischen Abtausch, da ist es auch relativ flach, obwohl Weiß da auch auf Vorteil spielt oder spielen kann. Hier ist es eben so, dass Weiß im Grunde nicht mehr auf Vorteil spielen kann. Er kann jetzt nur noch warten, bekommt er das Remis oder nicht. Und Schwarz kann hier risikolos, problemlos auf Gewinn spielen. Und wie man das macht, schauen wir uns jetzt an. Garry Kasparov spielt mit den schwarzen Steinen, genau. Und Läufer G5 kam hier. Das ist eine der Hauptvarianten, diese Fesselung auszunutzen. Jetzt möchte mal Springer D5 kommen. Das ist so der, ja, mit Hauptzug. Und hier gibt es auch C7, C6, um das Feld D5 direkt abzuklammern. Und dann muss man wieder ein bisschen Theorie kennen. Der Vorteil von solchen Ankerpartien ist, dass man sich einfach grundsätzlich irgendwelche Pläne merkt. Also gar nicht konkrete Reihenfolgen, sondern einfach nur grundsätzliche Pläne. Und das ist natürlich einfacher, damit man weiß, oh, die Figur geht über diese Route dahin und diese Figur dahin und das ist ein Vorteil, das ist eine Schwäche und so weiter. Wenn man sich solche Dinge merkt, ist es viel einfacher, so eine Partie nachzuvollziehen. Und der Hauptschwachpunkt in diesem Lager letzten Endes ist natürlich der Punkt D4, weil wir den kontrollieren und weiß eben nicht mehr. Weiß hat hier ein vermeintlich starkes Feld auf D5, aber das können wir ja mit C6 immer noch kontrollieren. Von daher haben wir ein starkes Feld auf D4 und der Gegner hat nichts dafür. In der Partie spielte Garry Kasparov Springer Bd7, eine der Hauptvarianten. Er deckt hier auch den Bauern, deckt den Springer, alles gut. Und weiß kommt hier mit dem Springer reingehüpft, versucht diese Festlung auszunutzen und greift den C-Bauern an. Den spielen wir nachzuvolle, da kann nichts passieren, der Bauer gerettet und den Bauern wollen wir ja sowieso dahin stellen. Jetzt kommt ein Schach und weiß kann diesen Läufer raustauschen. Okay, damit ist unser Läuferpaar eliminiert, aber das Spiel ist und bleibt relativ geschlossen. Und bei geschlossenen Strukturen ist durchaus der Springer, dem Läufer ebenbürtig. So, jetzt müssen wir hier irgendwie auf C8 schlagen und Kasparov macht das mit dem D-Turm. Das ist schon mal sehr, sehr interessant, denn er geht damit aus dieser Festlung, ja dieser Festlung aus dem Wege sozusagen. Jetzt sehen wir, ist der E4 angegriffen. Das ist natürlich einer der Nachteile davon, dass der Springer hier nach D5 ging. Jetzt muss er den D4 decken. Einer der besseren Züge wäre hier vielleicht noch Springer D2 gewesen, um diesen Bauern im Zweifelsfall mit F3 hier stützen zu können. Aber das würde dann natürlich dazu führen, dass diese Bauern hier alle auf weißen Feldern stehen und das macht diesen Läufer natürlich sehr, sehr passiv. Während der Springer dann natürlich hier wunderbar hin und her und, ja, nicht da, aber hier, ah meine Maus, ja, irgendwie schön rumhüpfen kann. Ja, deswegen wäre er etwas besser gewesen. Schwarz, äh, weiß macht aber die lange Rochade und, ähm, jetzt kann ich den natürlich hier noch nicht schlagen, weil jetzt der D7 hängt. Ja, klar. Und deswegen ziehen wir diesen Springer jetzt nach D5 und greifen einfach schlicht und ergreifend den E4 an und zwar zweimal. Jetzt könntet ihr sagen, äh, Moment, hier, da hängt ja auch ein Bauer, ja, aber erstens bekomme ich jetzt eben entsprechend meinen Bauern zurück. Dadurch, dass dieser E5-Bauer verschwunden ist, ist überhaupt kein Problem für Schwarz, denn dieser Läufer auf G7 ist natürlich super frei und aktiv. Ja, und aufgrund konkreter Umstände ist jetzt auch noch, da hängt der Läufer, es hängt der Springer, es hängt hier eine Gabel auf, ja, und, äh, das geht einfach vorne und hinten nicht für weiß, ne, deswegen, ähm, schlägt er den nicht, sondern er sagt sich, ja, wie soll ich jetzt den E4 decken? Da bleibt mir noch das Schlagen auf F6, damit der hier gedeckt ist und jetzt, ja, gibt, ähm, weiß die Kontrolle über die schwarzen Felder komplett ab. Wir schlagen natürlich zurück, jetzt ist der hier gedeckt, der ist angegriffen, der wird gedeckt mit Läufer D3, aber wir sehen schon, dieser Läufer, ja, der steht hinter den Bauern, ne, und das ist natürlich ein Sorgenkind. Und jetzt werden wir mal beobachten, wie Garry Kasparov es schafft, nun zunächst einmal spielt der A5, um B4 zu verhindern. Und wie Kasparov es schafft, ähm, ja, diesen, diesen Läufer, diesen, diesen unglaublich schlechten Läufer, ja, auszuspielen, mehr oder weniger, ne, und zwar auf den schwarzen Feldern. Das wird jetzt so vom Prinzip natürlich ähnlich laufen wie unsere Musterpartie damals, aber es kommen auch ähnliche Manöver vor, das liegt in der Stellung. Und trotzdem, ja, auch hier konnte der Weiße sich wieder mal überhaupt nicht wehren, deswegen ist es wichtig, solche Ankerpartien zu kennen. So, D4 ist verhindert, unser Springer steht gut, der Bauer ist gedeckt, wir können den Springer eventuell mal nach D4 überführen. Weiß zentralisiert den Turm, okay. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, welche Figur steht bei schwarz vielleicht noch verbesserungswürdig. Und dann fällt uns auf, ja, wahrscheinlich dieser Läufer hier, nehmen wir mal blau, den wollen wir noch irgendwie besser stellen, weil der jetzt hier hinter den Bauern jetzt auch nicht sonderlich toll ist, und hier jetzt keine Zukunft hat, und ja, wo kann er hin? Wenn wir den jetzt aber irgendwie wegziehen, wohin auch immer, dann hängt, dann hängt der E5 wirklich, ja? Ja, 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 so. Mit anderen Worten, das Parov deckt hier erstmal diesen E-Bauern und bereitet damit eine Umanövrierung, eine Gruppierung des Läufers F6 vor. F1, und jetzt ging der Läufer über D8, und er möchte jetzt entweder nach B6, um auf dieser Diagonale zu wirken, oder er kann im Zweifelsfalle auch, wenn schwarz noch A5, A4 spielt, den Läufer nach A5 bringen. Auch hier wirkt er natürlich fantastisch, auf diesen beiden Diagonalen, ohne Gegenspieler, wunderbar. Beispiel G3, A4, macht das Feld frei für den Läufer, weiß, kann nichts machen, und unser Läufer, auf den schwarzen Feldern dominiert er das Brett. Der Turm ist angegriffen, muss auch noch ziehen, und jetzt schauen wir mal, um AD8, ein Rufzug, weil jetzt können wir den Kampf um die D-Linie auch noch aufnehmen und gewinnen, weil der Turm hier eben entsprechend nicht um die D-Linie mitkämpfen kann. Das heißt, der Kampf um die D-Linie ist auch noch verloren. So, ja, das heißt, wir drohen jetzt zum Beispiel, das ist natürlich ein bisschen taktisch begründet, keine Frage, dass unser Bauer auf E5 hier indirekt gedeckt ist, weil wenn er den schlagen würde, dann käme zum Beispiel Turm, D2, Schacht, jetzt muss der König zurück, und wir könnten auf F2 schlagen, kommen unseren Bauern zurück, ja, und haben hier nicht nur Druck auf F1, auf H2, wir sind mit dem Turm auf der zweiten Reihe, es drohen Sachen wie Läufer D2, ja, und jetzt werden natürlich noch mehr schwarze Felder schwach, dass der Läufer vielleicht auch mal hier rüber irgendwann mal kann, ja, und so weiter und so fort, mit einer, mit einer unfassbar aktiven Stellung für, ähm, für Schwarz, ne. Deswegen ist dieser Bauer hier auf E5 jetzt mehr oder weniger taktisch gedeckt, und Weiß versucht, seine Figuren, diesen Läufer, der ja ganz nah hinter den Bauern steht, er versucht, er versucht Menschenmögliches, um irgendwie irgendwas zu erreichen, ne. So, F7, F6, wunderbar, NeverplayF6, gilt natürlich nur in bestimmten Situationen, ja, hier decken wir einfach den E-Bauern, und alles ist gut. Gut, und jetzt sehen wir, dass das Weiß, ja, er kann nichts angreifen, er kann auch nichts manövrieren, ja, ist wirklich, der Springer kann nicht ziehen, weil der Punkt D2 hier im Auge gehalten werden muss, der Turm kann nicht ziehen, der König, ja, kann hin und her ziehen, aber bringt auch nichts, der Läufer kann hin und her ziehen, kann nichts angreifen, toll, ne, so macht Schachspaß. Und wir können hier ganz gemütlich erstmal die Stellung verbessern, ähm, was, was wären hier so Stellungsverbesserungen? Klar, wir halten den hier noch im Auge, wir könnten mal nach D3 reinhüpfen, ja, um diverse Irritierungsmanöver zu starten, Testballons sozusagen, ne. Wir können aber auch, ähm, hier Raumvorteil kreieren, ähm, um Schwächen festzulegen zum Beispiel, ne. Und wir haben, wir haben die aktiveren Figuren und wir haben mehr Raum und das wird natürlich in Symbiose nachher zusammen ergänzt, ich, wunderbar. Der Läufer zieht zurück und der Springer geht da rein, droht hier zum Beispiel nach B4 zu gehen. Das verhindert weiß mit A3, aber jetzt gehen wir einfach nach C5 zurück und jetzt haben wir diese Schwäche auf B3 quasi forciert und erzwungen, ne. Und damit ein weiteres Feld, zum Beispiel für unseren Springer, zu manövrieren. Außerdem sind jetzt durch diesen Bauern, A4, diese beiden Bauern hier festgelegt, ne. Das heißt, wenn der irgendwann mal vorziehen würde, käme ein paar Songs und am Ende bliebe ein Isolani über. Das ist, äh, ja, wieder eine kleine, wieder einer von vielen kleinen Schritten, die Stellung verbessern für Schwarz. Und, äh, ja, ihr seht, wir spielen über allen nichts, und, äh, Schwarz kann einfach nichts ziehen, äh, Weiß, Entschuldigung. Und Schwarz hat jetzt hier die Idee, weiter diesen Raum verteilt zu kreieren. Ähm, möchte jetzt nicht F5 spielen, ja, im Zweifelsfall nimmt der Bauer dann weg und vielleicht wird hier was auf und der E-Bauer wird schwach und so weiter. Ähm, also F5, dieses typische königsindische Manöver, ist hier überhaupt keine Option, grundsätzlich nicht. Ähm, sondern wir spielen G6, G5 und versuchen, den Raumvorteil zu vergrößern. Wir drohen G5, G4, ja, und den Springer zu vertreiben, der ja hier auf D2 guckt. Hm, okay, der kann ihn schlagen, wir schlagen zurück, kein Problem. Und jetzt ist eben, egal, wo der Springer schlägt, in der Partie kam Turm E2, um das hier nochmal zu decken, ähm, aber wenn der jetzt hier zum Beispiel schlagen würde, ja, kämen wir wieder hier rein und die Stellungsbilder ähneln sich natürlich. Der König kriegt hier noch ein Tempo, kein Problem. Ja, dann schlagen wir den Bauern und auf einmal sehen wir, ups, der Läufer hat kaum noch Felder, ne, H3, kommt G4 und, äh, ja, Läufer weg, ne, oder, oder fast weg, Situation. So geht der auch nicht, weil der Läufer draufsteht. So stellt man sich das mit Schwarz vor. Und das sind so diese kleinen taktischen Kniffe, die schon möglich sind, wenn die Stellung einfach strategisch so gut ist, ne. Deswegen hier, Turm E2 kam. Okay, der Springer geht nach B3, deckt quasi diese beiden Bauern taktisch, weil jetzt auf D4 diese Gabel drohen würde. Der König geht zur Seite, okay. Und jetzt müssen wir den Bauern decken, König F6. Wir haben beide Bauern gedeckt und wir haben vor allem auch, und das ist noch ein, ein weiterer Pluspunkt, ja, unser König ist etwas aktiver geworden. Ähm, wir haben potenziell vielleicht sogar noch die F-Linie irgendwann mal als, um gucken zumindest, ja. Wir haben aber noch ein, ein zweiter, so ein weiteres Kriterium kreiert, nämlich, dass potenziell, hier auf einmal unser H-Bauer, dass wir den zu einem Freibauern bilden können. Also wieder ein, müssen wir nicht sofort machen, im Gegenteil, müssen wir nicht mit überstürzen, sondern schon langsam, aber wir haben die Option, ja, je nachdem. Wir können ja auch mit G4 spielen und den Springer vertreiben und, und, und. Ja, suchen wir uns aus, je nachdem, was weiß spielt. In der Partie kam König C2, ob das jetzt der Beste war, okay, lassen wir mal dahingestellt. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Springer wegzöge, ja, dann hätten wir eben die Option auch mal hier unten reinzukommen und auf einmal diesen, äh, Läufer zu fangen. Nebenbei drohen wir auch noch diese Gabeln, ja, und so weiter und so fort. Ihr seht die Problematik von, von weiß. Nach König C2, es kam jetzt hier G5, G4, okay, möchte den Springer vertreiben, um eben das Feld G4 hier freizukämpfen, für eine Gabel. Ja, was soll schwarz, äh, weiß machen, ne? Und wir nehmen diese Gabel und wir hatten so viele kleine Vorteile, hier hat weiß jetzt auch direkt aufgegeben. Ihr habt gesehen, es war gar nicht mal so extrem taktisch. Also im Gegenteil, es, 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 es hing, es drohte nie irgendwas von weiß, zumindest nicht. Und wir konnten mit unseren guten Figuren, die Störung war geschlossen, der Springer war gut, wir hatten viel mehr aktive Posten für unsere Figuren, die schwarzen Felder waren sehr, sehr unangenehm, ne? Wir haben den Kampf um die D-Linie gewonnen und, und, und. Diese vielen kleinen Schritten, wenn wir uns das merken, als Ankerpartie, als Muster dafür, wohin die Figuren gehören, dann haben wir auch demnächst keine Angst mehr vor der königsindischen Abtauschvariante. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.